Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu unserem siebten Türchen im Subraum Adventskalender. Heute habe ich ein Thema für euch, das ich denke mal sehr sehr viele von euch betrifft, weil ganz ehrlich, wer von euch nutzt kein WhatsApp? Also ich würde sagen, wir starten mal mit einer spannenden Übersicht. Was hat sich im Jahr 2020 bei WhatsApp getan und was erwartet uns in 2021? Seid gespannt! Kurz vorab vielleicht ein paar Infos, die aber den meisten von euch eigentlich schon bekannt sein dürften. Und zwar WhatsApp selber wurde 2009 erfunden, gegründet und dann später 2014, ich glaube am 19. Februar 2014, durch Facebook übernommen. So weit, so gut. Aber die Vergangenheit soll uns jetzt gar nicht mal so interessieren. Was wir auf jeden Fall bis jetzt wissen, es ist ein sehr erfolgreicher Messenger. Die Eckdaten zum Beispiel, aus aktuellen Berechnungen geht hervor, aus aktuellen Studien geht hervor, dass WhatsApp täglich in Deutschland von circa 58 Millionen Menschen genutzt wird. Das ist schon wirklich beachtlich. Und allein auf der gesamten Erdkugel benutzen WhatsApp täglich circa zwei Milliarden Menschen. Das ist wirklich, wirklich beachtlich. Jawohl, und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, da wir ja doch irgendwie alle WhatsApp nutzen und uns viel damit beschäftigen, finde ich es umso wichtiger, dass wir auch wissen, was wir da benutzen. Darauf möchte ich jetzt ein wenig eingehen. Und zwar fangen wir einfach mal an, was hat sich denn jetzt aktuell im Jahr 2020 so geändert. Ja, die paar Leute, die vielleicht ein Windows Phone nutzen oder genutzt haben, werden es zum Jahresanfang gemerkt haben, dass bei ihnen WhatsApp nicht mehr funktionierte. Das wurde nämlich dann schon im, ja ich glaube Mitte des Jahres 2019 aus dem Programm genommen, also aus dem Microsoft Store und ist halt wie gesagt seit 2020 offiziell nicht mehr lauffähig auf einem Windows Phone. Naja, zudem kam dann noch die Änderung, unter anderem für die Android User, die eine Version 2.3.7 oder älter benutzen. Diese können aktuell keine neuen Accounts mehr erstellen und ja, WhatsApp bekommt auch keine Sicherheitsupdates mehr. Gleiches gilt genauso für die Leute, die ein iOS 8 Gerät benutzen oder halt auch eine ältere Version. Die können auch keine neuen Accounts anlegen und bekommen auch keine Updates mehr. Der größte Nachteil ist natürlich hier, ah klar, Geschichte mit den Updates und natürlich auch die Tatsache, dass du, wenn du einen laufenden Account hast aus so einem alten Gerät, kannst du diesen bei einer neuen Installation auch nicht mehr verifizieren. Das heißt, das macht das Ding dann unbrauchbar. Wegen eines schon länger andauerten Patentstreits zwischen der Firma Blackberry und WhatsApp wurde die beliebte Funktion des Chat-Exports in Deutschland rausgenommen oder rausgepatcht, deaktiviert, wie auch immer man das nennen möchte. Das geht so leider nicht mehr. Allerdings kann man aber immer noch die sogenannten Chat-Backups erstellen. Das ist noch möglich. Was damals über den Chat-Export funktioniert hat, man konnte halt den gesamten Chat-Verlauf exportieren, inklusive alle Medien, die in dem Chat gesendet und empfangen wurden. Das ist so leider seit Jahresbeginn nicht mehr möglich. Viele von euch werden das Problem sicherlich kennen. Man schreibt in Gruppen hin und her und irgendwann meckert dein Telefon. Der Speicher ist voll. Oha! Das Hauptproblem liegt jetzt technisch gesehen daran, dass WhatsApp halt nur Zugriff hat auf den internen Speicher. Das heißt, egal wie groß die SD-Karte ist, die ihr in euer Telefon steckt, WhatsApp darf halt rein technisch nicht auf diese SD-Karte schreiben. Das heißt also, ihr müsstet die Daten, wenn zur Not, manuell rüberschubsen. Macht aber wenig Spaß. Naja, und hier hat WhatsApp jetzt eine schöne Funktion reingebracht. Die nennt sich dann die Ablaufenden Nachrichten oder auch bekannt vielleicht als die sich selbst zerstörende Nachricht. Jetzt fragt ihr euch, wie kommt ihr da hin und wie könnt ihr dieses Feature einstellen? Und zwar geht ihr dafür in WhatsApp, startet oder tippt auf einen eurer Kontakte, also geht in einen aktiven Chat und dann wird ja oben von eurem Chatpartner der Name angezeigt. Dort tippt ihr dann einmal drauf, scrollt ein kleines Stückchen runter und habt dann dort den Punkt Ablaufende Nachrichten. Wenn ihr da drauf tippt, dann könnt ihr entweder ein- oder ausschalten. Einschalten macht natürlich in dem Fall dann Sinn. Und ja, dann sind diese sogenannten Ablaufenden Nachrichten aktiviert, was so viel bedeutet wie, dass alle Nachrichten, die ihr schreibt, innerhalb von sieben Tagen oder Entschuldigung nach sieben Tagen automatisch gelöscht werden. Das heißt, euer Speicher wird dann nicht mehr voll gemüllt. Ja, ganz wichtig, das ist kein Sicherheitsfeature, das ist nichts, um brisante Sachen zu verschicken, also keine Passwörter damit verschicken oder sowas, weil wichtig ist, diese sich selbstzerstörenden Nachrichten können natürlich auch außerhalb des Chats gespeichert werden. Und ja, es stellt halt kein Sicherheitsfeature dar, sondern es ist einfach nur eine praktische Geschichte, um halt euren Handyspeicher zu schonen und um unwichtige Textnachrichten automatisch zu löschen. Anderer kleiner Pro-Tipp dafür ist, wenn ihr euren Speicher noch mehr entlasten wollt und ihr seid zum Beispiel in vielen Gruppen drin, dann tippt doch in WhatsApp einfach oben rechts auf die drei kleinen Pünktchen, wählt den Punkt Einstellung aus, geht unter Speicher und Daten und da könnt ihr dann unten bei WLAN-Verbindung oder auch bei mobiler Datenverbindung, wenn ihr da drauf tippt, könnt ihr ausstellen, welche Daten automatisch runtergeladen werden sollen, ob Fotos, Audio, also Sprachnachrichten oder Lieder oder so, Videos, Dokumente. Wenn ihr überall die Häkchen rausmacht, dann werden die Dokumente alle nicht mehr automatisch runtergeladen, belasten euren Speicher nicht. Ihr bekommt zwar angezeigt, da will euch jemand beispielsweise ein Bild schicken, ihr müsst dann aber manuell sagen, ja, ich möchte das sehen und erst dann lädt WhatsApp das Teil in euren Speicher. Was WhatsApp Praktisches jetzt dieses Jahr schon eingeführt hat, ist die neue Speicherplatzverwaltung und zwar ist das ein Tool, welches es das Löschen von mehreren Objekten gleichzeitig ermöglicht. Und zwar gelangt ihr da auch oben über die Einstellung unter Speicher und Daten und dann unter Speicher verwalten. Da kommt ihr dann in dieses nette Menü, habt dort im Prinzip eine komplette Übersicht über all eure Medien, die auf dem Telefon, also unter WhatsApp speziell abgelegt sind und könnt dann pro einzelnen Chat, könnt ihr euch alles anzeigen lassen, entweder einzelne Dokumente, Bilder, Videos, wie auch immer löschen oder auch sagen, alle auswählen und alles auf einmal manuell löschen, wenn das gewünscht ist, um halt, was weiß ich, kurzfristig Speicherplatz freizuräumen. Derjenige von euch, der gerne WhatsApp auf dem Computer nutzen wollte oder auch immer noch will, der muss das aktuell noch über web.whatsapp.com machen und scannt dort ein QR-Code mit seinem Smartphone ein und ist dann quasi mit seinem Handy und dieser Web-Oberfläche verbunden. Das heißt, alles, was ich dort am Computer dann in meinen WhatsApp-Chat schreibe, passiert simultan noch auf meinem Handy. Und hier soll wohl in naher Zukunft, wir vermuten wohl nächstes Jahr, ein Update kommen, dass ich auf bis zu vier verschiedenen Geräten gleichzeitig ohne eine Verbindung zu meinem Haupttelefon WhatsApp nutzen kann, als auch eigenständige App, aber losgelöst halt von meinem Smartphone, von dem quasi Hauptaccount. Die Daten werden wohl trotzdem noch miteinander synchronisiert, hat aber natürlich den Vorteil, ich kann mein Telefon ausschalten und trotzdem am Computer mit WhatsApp chatten. Hier ist jetzt natürlich die Frage, wie ist denn da jetzt eigentlich der aktuelle Stand der Dinge? Aktuell sieht es wohl so aus, dass noch nicht alle Funktionen so funktionieren, wie sie sollen, aber in Kürze möchte WhatsApp wohl einen Client als Beta-Version, den sogenannten Beta-Testern zur Verfügung stellen, um halt mal die neuen Funktionen zu benutzen und zu bewerten. Wir sind auf jeden Fall gespannt und halten euch hier auf dem Laufenden. Ein neues Hammer-Feature, auf das viele lange, lange gewartet haben, ist der sogenannte Dark Mode. Sprich, du kannst hier von diesem gewohnten weißen Hintergrund, den man so in allen Chat-Übersichten hat, wirklich in einen dunklen Modus wechseln. Da kommst du halt hin, auch über die Einstellungen, dann unter Chats und dann wird ganz oben unter Anzeige kannst du dann auswählen, unter dem Punkt Design zwei verschiedene Punkte und zwar einmal dunkel und hell. Klar wechseln wir dann von hell nach dunkel, sagen dann okay, schon ist der gesamte WhatsApp-Client im Prinzip dunkel. Jetzt hat man noch eine Funktion, die noch hinzugekommen ist und zwar der sogenannte Hintergrund, also Hintergrundbilder konnte man für Chats schon vorher einrichten. Wenn man jetzt allerdings auch unter Anzeige den Punkt Dunkelmodus Hintergrund auswählt, kann man unten mit so einem kleinen, süßen Schieberegler den Hintergrund dimmen. Das heißt zum Beispiel auch von deinem hellen Hintergrundbild auf ganz schwarz schieben. Bei dem einen oder anderen Telefon hilft das durchaus Akku zu sparen und macht vielleicht im Dunkeln dann auch mehr Spaß zu lesen. WhatsApp Pay ist in Indien gestartet. Warum Indien? Na klar, Indien ist ein riesiger Markt und Facebook ist dort schon seit 2010 auch direkt vertreten, was diesen Markt natürlich für Facebook bzw. WhatsApp Pay dann sehr interessant macht. Ja, wie funktioniert das und wie kann man sich das vorstellen? Ich vermute, das ist dann so ähnlich, wie es auch schon bei uns bekannt ist mit zum Beispiel PayPal. Geld an Freunde senden kennt man unter anderem als ein nettes Feature und zwar ist ja dein PayPal Account irgendwie mit deinem Konto verknüpft und zwar über SEPA Lastschrift. So ähnlich wird das hier wahrscheinlich auch funktionieren, dass du dann deinen WhatsApp Account mit deinem oder einem deiner Konten verknüpfst und hier wird dann dementsprechend das Geld abgebucht, verbucht, wie auch immer. Und zwar in Indien funktioniert das dann über ein sogenanntes UPI, das ist ein Unified Payments Interface und das heißt, dass dort halt Facebook auch mit mehreren Banken dann live geschaltet werden kann und ja, wie gesagt, du kannst halt Geld zu deinen Freunden senden und wahrscheinlich in Zukunft dann auch wirklich Dinge damit bezahlen und da kommen wir dann zu einem Feature, worauf ich gleich noch näher eingehen möchte. Ein anderes Thema wird wahrscheinlich dann dernächst Werbung sein, die wir in WhatsApp eingeblendet bekommen und zwar ein Feature, was ja sehr beliebt ist bei wirklich vielen Menschen, ist der sogenannte WhatsApp-Status. Kennt ihr alle, ihr guckt in den Status, was machen eure Freunde gerade und so weiter und so fort. Ach, schau mal, der ist da, die ist dort. Klasse. Ja, man kann jederzeit mit Leuten Bilder teilen und jeder kann halt selber entscheiden, ob er sich das angucken möchte. Tolle Funktion, aber hier kann es passieren, wenn demnächst deine beste Freundin Bilder von ihren Pferden postet, dass dazwischen auf einmal Werbung auftaucht für ein Auto, ne, als Beispiel. So, und genauso wird es wahrscheinlich dann auch kommen. Genauso gut in der Chat-Übersicht, da könnte es auch passieren, dass wenn man dann die, naja, ganz normale WhatsApp öffnet und hat seine Chat-Übersicht, dass dazwischen vielleicht auch Anzeigen platziert werden. Das wäre jetzt so mein Gedanke, was eventuell noch kommen könnte. Kennt man unter anderem von solchen Free-Mail-Anbietern wie beispielsweise jetzt gmx, web.de oder so weiter, wenn man dort in diese freien E-Mail-Postfächer reingeht, hat man zwischen seinen normalen E-Mails unter anderem auch Werbeanzeigen von Werbepartnern, von halt den besagten E-Mail-Anbietern. Und so ähnlich könnte das bei WhatsApp eventuell auch aussehen. Und jetzt werfen wir mal einen Blick in die Zukunft und zwar in das nicht mehr so weit entfernte Jahr 2021. Was bedeutet das jetzt für dich und dein WhatsApp-Account? Naja, und zwar fordert WhatsApp bis zum 8. Februar 2021 eine aktive Bestätigung, dass sie im Prinzip mit dir in direkten Kontakt treten können und zwar direkt über deinen WhatsApp-Client. Ja, bis jetzt war das ja immer so, dass viele WhatsApp-User im Prinzip die Neuerung alle gar nicht mitbekommen haben, weil die nur auf irgendwelchen Tech-Blogs oder so veröffentlicht wurden oder vielleicht in so einem nischigen Podcast wie diesem hier. Hört nicht jeder, liest nicht jeder. Und jetzt ist es so, dass halt WhatsApp dann wirklich deine aktive Einwilligung haben muss oder möchte bis zum 8. Februar 2021. Und wenn du das bis dahin nicht getan hast und nicht eingewilligt hast, kannst du den Dienst nicht mehr nutzen. Und wie wir über die Seite WhatsApp-Beta-Info erfahren, ist damit, also mit dieser direkten Schnittstelle zum Kunden wohl keine Werbung gemeint, sondern eher eine Möglichkeit, dem Kunden halt direkt mitzuteilen, ja, was gibt es für neue Funktionen, neue Änderungen oder ähnliches. Ich denke, dann kann ich so langsam zu meinem Fazit kommen, da ich ja zeitlich eh schon recht weit überzogen habe mit meinen maximal 15 Minuten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber mit Ausblick auf das Jahr 2021, denke ich, kann man sagen, dass WhatsApp wahrscheinlich demnächst eine App wird, mit der man dann auch einkaufen kann. So sieht es zumindest aus. Und zwar, der ein oder andere von euch kennt oder nutzt vielleicht sogar auch WhatsApp-Business. Das gibt es ja, glaube ich, jetzt auch schon seit 2018 und hat sich gerade jetzt zu Corona-Zeiten besonders für kleinere Unternehmen sehr, sehr stark, ja, oder bei kleineren Unternehmen sehr, sehr stark etabliert und wird immer und immer mehr genutzt. Also laut Statistiken senden halt auch immer mehr private Accounts zu diesen WhatsApp-Business-Accounts ihre Nachrichten und ordern dementsprechend auch Produkte, informieren sich über Produkte und so weiter. Und ich denke mal, diesen, ja, vorbeifahrenden Zug, da wollen die mit aufspringen, mit einsteigen und das Ganze, ja, für sich dann auch nutzen, wie halt jetzt schon in Indien mit dem WhatsApp-Pay-System, was dort eingeführt wurde. Ich denke mal, je nachdem, wie die Rechtslage dann in Deutschland ist, wird sich das wohl auch irgendwann dann durchsetzen. Apple Pay zum Beispiel hat sich ja auch in Deutschland durchgesetzt. Am Anfang hat auch jeder gesagt, nee, wollen wir nicht, jetzt bieten sie auf einmal alle an. Und ich denke mal, WhatsApp wird da auch diesen Zug nehmen und wir werden dann in Zukunft per WhatsApp Dinge einkaufen können. Und zwar bei den kleineren Unternehmen läuft das dann halt über diese WhatsApp-Business-Schnittstelle und größere Unternehmen bekommen dann eine, ja, spezielle Schnittstelle zur Verfügung gestellt für Kundenbetreuungssysteme oder generell für die wahren Wirtschaftssoftware. Ja, jawohl, dann bleibt halt nur noch zu sagen, das wird wohl eine ziemlich spannende Zeit werden dann noch mit WhatsApp, was da alles auf uns zugerollt kommt. Die, ja, Pläne sind doch sehr ambitioniert und es wird wohl wirklich in Richtung Einkaufs- und Bewerbungs-App gehen. Ja, Vorteil ist natürlich klar, wenn ich jetzt per WhatsApp einkaufen möchte, ich brauche keine andere App aufmachen. Ich kann dann in Zukunft höchstwahrscheinlich auch Geld dann direkt über WhatsApp versenden. Ich brauche nicht mal mehr eine andere App zu öffnen. Ist natürlich für uns Menschen, als die, die wir es mögen, es immer praktisch und leicht zu haben, denke ich mal, durchaus von Vorteil. Eine andere Änderung ist dann natürlich noch für Geschäftskunden, die dann sowas wie WhatsApp Business oder halt die größeren Varianten benutzen für ihre größeren Unternehmen. Die werden wohl nicht drum herum kommen, zukünftig dann eine gewisse Gebühr für den WhatsApp-Service zu bezahlen. Das begründet WhatsApp aber damit, dass sie halt ihr eigenes Geschäftsmodell damit weiter ausbauen können mit diesen Einnahmen, die sie dort generieren und halt mehr wie zwei Milliarden Menschen weiterhin kostenlose Ende-zu-Ende-verschlüsselte Chats anbieten können, Video-Anrufe, Sprach-Anrufe etc. Ja, darf man auch nicht außer Acht lassen. Da steckt wirklich viel dahinter. Und wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Sobald es da wieder was Neues gibt, erfahrt ihr das hier bei uns. Zum Schluss möchte ich euch noch drei kleine Tricks verraten. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, wie funktioniert das eigentlich? Und zwar, wie schreibt man Fett, wie schreibt man Kursiv, wie schreibt man Durchgestrichen und wie kann man die Schrift so aussehen lassen, als wäre es mit einer alten Schreibmaschine geschrieben? Und zwar funktioniert das wie folgt. Fett schreiben kannst du, indem du vor dem Wort ein Sternchen machst, genauso wie hinter dem Wort. Schon ist das Wort Fett geschrieben. Kursiv funktioniert, indem du vor dem Wort und hinter dem Wort jeweils einen Unterstrich platzierst und Durchgestrichen schreiben, das geht, indem du vor dem Wort und hinter dem Wort jeweils eine Tilde schreibst. Ja, und dann kommen wir zu dem letzten Lifehack, wenn man das so nennen möchte. Wie kann man jetzt so schreiben, dass es aussieht, wie mit einer alten Schreibmaschine geschrieben? Und zwar funktioniert das, indem du vor dem Wort oder auch vor dem ganzen Satz und natürlich auch hinter dem Wort oder hinter dem ganzen Satz das sogenannte rückwärts geneigte Hochkomma einfügst und zwar jeweils dreimal. Oder auch das einfache Anführungszeichen genannt, kennt man den Englischen als Backquote. Ja, und schon sieht es aus wie mit der alten Schreibmaschine geschrieben. Ich hoffe, das waren ein paar nützliche Tipps, um eure Texte in dem wunderbaren Messenger WhatsApp ein wenig hervorzuheben. Und ja, ich denke, damit kommen wir zu langsam zum Ende. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar nützliche Tipps mitgeben und vielleicht noch ein paar Sachen sagen, die ihr noch nicht kanntet. Und ja, über ein positives Feedback von euch würde ich mich freuen. Schaltet demnächst wieder ein. Hört einen guten Podcast, umgebt euch sofern möglich mit netten Menschen, bleibt gesund, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Hört einen guten Podcast, umgebt euch sofern. Hört einen guten Podcast, umgebt euch sofern.